Ja, tun wir das aufladen. Jetzt tun wir wieder das normale Nutzen. Ja, Energie wär schon schön. Ich hab zwar nur zwei oder einen gebraucht. Ach, Quark. Oh, die ist wieder da. Ist ja cool. Ja, sehr schön. Super, jetzt kommt das hier. Nein! Ich hab hier unten war ein Checkpoint. Ich glaub eher nicht. Doch! Ist ja geil. Wie viel Leben haben wir überhaupt? Null! Ich bin da zu faul war, mich selbst zu töten, ey. Da. Was war hier? Ja, ach so. Ich bin da ein bisschen zu früh abgesprungen, deswegen hab ich ein bisschen Schiss gehabt. Geh weg. Ah, jetzt kommt das wieder. Ich kann die Melodie nicht. Aber ich find die geil. So wie eigentlich jede Melodie von Megaman. Da kommt der jetzt so ein biestisches... Ja. Da kommt der jetzt so ein biestisches... Ja. Da kommt der jetzt so ein biestisches... Ja. Ich bin da rein. Ich bin da rein. Das ist auch kein Leben. Nur so behinderte Punkte, die keiner braucht. So. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hab, dass es die im zweiten Teil, glaub ich, gar nicht mehr gibt, die Punkte. Ah, ey. Ich spring da immer rein. Ja super, ey. So, Eis. Nein, nicht Katt, Eis. In einem schönen Blau-Weiß. Ja gut. Aber das ist machbar. Wenn ich die ganze Zeit da stehen bleibe und drauf ballere, dann ist das okay. So schöne Musik hier. Achso. Energie brauche ich nicht. Ich hab schon wieder vergessen, jetzt die zweimal schließen. So. Ich kann mal gucken, wie lange ich aufnehme. Waren 20 Minuten. Weil ich wollte halt immer nach einer Stunde halt aufhören. Also was heißt aufhören? Halt eine Pause machen. Beziehungsweise ein neues Video anfangen. Habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt. Weil es sonst zu lange dauert mit dem Bearbeiten. Und wenn dann irgendwie ein Fehler im Video drin ist, dann ist es auch ein bisschen scheiße dann. Das ist sicherlich oben lang. So. Ja, das... Äh, lassen wir noch bei. Damit wir hier drüber kommen. Hier auch. Und jetzt... Ja. Ja. Ich hoffe mal, ich stelle das nicht, dass ich die ganze Zeit immer so ein bisschen mitsumme, mitsinge. Also ich finde, das ist voll die Ohrwurm-Musik, die es hier bei Megaman gibt. Und jetzt fährt draußen LK... äh, ein Tracker. Also so ein... Irgendwie so ein Ding lang. Was ungefähr... Da! 20 kmh fährt. Hallo! Könnte ja sein, dass die mir ein bisschen Energie hergeben. Da! Ich laufe auch immer da rein. Energie? Jo, Energie. Dankeschön. Obwohl, ich könnte eigentlich mal hier stehen bleiben. Äh, die kommen ja immer näher zu mir. Nee, das lasse ich lieber mal. So, und wir schummeln uns mal hier wieder vorbei. Dafür ist das Ding ja auch da. So. Ob geht die Luzi? Oh, das war knapp. Oh mein Gott. Schade, dass es nicht... ...mit explodiert. Oh, jetzt ist es weg. Mit explodiert. Habe ich eigentlich schon Leben verloren? Hallo! Ja, ey! Mein Gott! Okay, zwei Leben. Okay. Na. Aber ich mag das voll nicht, wenn die oben sind, ey. Genau. Es ist eigentlich besser, wenn ich mich direkt hier töten lasse, anstatt bis nach hinten durchzulaufen. Ich habe auch nur Logik, ne? Geh auf! Mach! No, 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 no. So. Das waren es uns auch alle, ne? Gut. Eisman! Der Eismann. Nicht Bofrostmann, sondern Eismann. So, jetzt gibt es die übelste Sprite-Limitation. Dankeschön. Ich warte mal noch, bis das Feuerchen da weg ist. Nicht, dass mich das irgendwie mit einem hier tötet. Und wir haben die sechs geschafft! Nee! Ach. Ja. Hm? Ja, und jetzt können wir zu Dr. Wily. 200.000 Punkte Clear Points. Oh! Der mit seinem scheiß Ufo immer, ey. Wir haben ein Leben. Komm, töte mich. Töte mich. Dankeschön. Und noch einmal, bitte. Das geht bei denen immer. Am schnellsten. Drei. Jetzt. Und man ist tot. Continue. So. Komm, töte noch mal was? Oh, bisschen Energie. Very, very good. Ja, genau, könnte man hier runter. Ah, fuck. Hm. Jetzt wollen wir unseren Steinmenschen. Gutsman. So. Oh, Feuer. Ah. Nein. Ey, hallo. Dankeschön. Ich hoffe, man kriegt jetzt Energie. Ich hoffe, ich kriege das hin. Nein, natürlich nicht. Aber ich bin beim nächsten Hit tot. Hallo. Äh. Ne, das brauche ich noch. Weil. Da kommt nämlich gleich noch ein böser Gegner, ein sehr böser Gegner. Ähm. Und zwar der Yellow Devil, oder wie der heißt. Und das Böse. Hallo. Ich bin. Was? Ja, bitte töten. Ich möchte nämlich gerne mit, äh, allen Leben da oben ankommen. Und diesmal mache ich die Teile nicht tot, sondern ich versuche einfach immer drunter durch irgendwie zu kommen. Ich weiß nicht, was gegen dieses Springdinger, äh, gut ist. Keine Ahnung. Continue! Ich weiß auch nicht, woran man das erkennt, ob die hoch oder niedrig springen. Das ist irgendwie immer... ein bisschen Glück. Na gut, viel mehr Energie habe ich jetzt auch nicht als vorher. Vielleicht ist hier noch was nicht. Schade. Oh, ey. Ey, ich könnte kotzen, ne? Ich hätte jetzt gerne so gerne Safe States, damit ich dann das hier vorne überspringen kann. Oh, shit.